Ok wir müssen nach Wellington ich habe Hunger ich habe Hunger ach und jetzt regnet es und da ist unsere Tasche denn was ist da eigentlich noch drin ach das müssen wir uns mal anschauen oh scheiße ok da ist das Feuerzeug und jetzt müssen wir erstmal gucken was es hier alles gibt dann das Feuerzeug nehmen hier gibt es eigentlich gar nichts mehr so zu sehen ok also das wird anschauen erstmal anschauen geht mit Dreieck ok ok öffnen da stand um irgendetwas aber das konnte ich nicht lesen und dann müssen wir jetzt das hier anzünden ok es brennt wieder ok ok also wir müssen Holz sammeln nur mal ein Schild und North Carolina das das brennt also wir werfen jetzt das Holz im Lagerfeuer im Lagerfeuer was machen wir wir konnten auch die Zeichnung verbrennen aber das war unser letzter Andenken an erst Lee und dann glaube ich die Zeichnung von Umid und dann glaube ich die Zeichnung von Umid ja ok Entschuldigung ok also also ne ok oh scheiße wir hätten uns auch einfach davon schleichen können ok der Sound bockt richtig rum momentan ich hoffe das bei euch nicht so ok den können wir töten ok ich glaube wir haben versagt ok ich glaube wir haben versagt ok ok das hier buckt ein bisschen rum ähm wir fortsetzen ok irgendwie glaube ich nicht dass das hier so sein soll erstmal erstmal Hauptmenü annehmen ja entschuldigung aber das war ein buck und ich habe auch keinen buck um den jetzt raus zu schneiden weil so seht ihr das ganze jetzt live uncut ähm meine entscheidungen oh oh interessant zu wissen dann jeder spielt gerne den hält ok fortfahren ja wir haben Krista also geholfen weil sonst wäre sie gestorben weil sonst wäre sie gestorben sonst wäre Krista gestorben und dann los dann haben wir jetzt ja ja Mann, das ist richtig ärgerlich. Okay, und schnell weg hier, schnell weg hier. Quicktime-Event. Okay. Oh, scheiße. Ja, das ist wirklich ärgerlich, so mit den Eltern manchmal. Wenn man ihn aufnimmt. Oh. Oh, Quicktime-Event. Quicktime-Event. Der hat, sie hat gerade seinen Finger abgebissen. Okay. Wir haben verkackt, glaube ich. Jesus, are you fucking kidding me? Oh, scheiße, und jetzt wieder Kreuz sperren, und das wird knapp. Wir haben verkackt. Oh, scheiße, schnell weg hier, weil da ist ein Zombie. Oh, shit, 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 shit. Oh, zwei auf ein, zwei auf ein. Und der ist weg. Der ist tot. Und wir auch. Wir haben auch verkackt. You are dead. Ja. Aber ich habe ein Quicktime-Event nach rechts gemacht. Das, 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 das meine ich jetzt wirklich ernst. Okay, und jetzt der Kreuz sperren sicherlich wieder. Okay. Okay. Okay, zum Glück ist es nicht so viel, so weit entfernt. Und Kreuz spammen bleiben. Da ist ein Arm. Das ist vielleicht gut, das ist gut zu wissen. Oh, oh. Wow. Bitte, überlebe, bitte überlebe. Okay, es war vielleicht dumm, um ihr zu retten. Oh, Trophäe erhalten. Ein kalter Fluss. Guten Morgen, alle. Das war richtig cool, da im Fluss zu schlafen. Oh, okay, oh. Vielleicht bin ich auch tot. Oh, ich werde wach. Okay. Aber das Doofe ist jetzt, dass sie, dass wir ihr auch nicht mehr finden werden. Und wir haben keine Waffen. Wir sind ganz auf uns allein. Gestellt. Oh, scheiße ist das. Okay, also wir müssen zum Kanu hin. Kids Camp. Oh nein, der ist ein Zwei. Okay. Okay. Also wir müssen die Treppe nehmen. Oh nein. Nein. Wieso kommst du da nicht dran? Und ich bin ihren Namen vergessen. Clementine. Was glaube ich? Okay, wir sind auf der Treppe und ich warte jetzt ein Freaktime-Event. Nein, doch nicht. Scheiße. Scheiße. Also das ist ein Grab. Also hier sind Leute gestorben. Das ist nicht so geil. Ach, ärgerlich. Also wir wären nicht der Erste, der hier stirbt. Aber ist das vielleicht. Nein, ich glaube nicht, weil. Natürlich wären die kein Grab für Christa aufrichten. Okay, wir können zum Weg gehen und dann den Weg laufen. Was steht da ein Warnzeichen? Also hier können schwarze, black Beers oder so glaube ich, dass da stand. Natürlich, die Kräfte sind ganz weg. Nach die ganze Zeit kein richtiges Essen. Die ganze Zeit jeden Tag kämpfen ums Überleben. Und jetzt auch noch die Kälte, was dazukommt. Wir kommen nämlich gerade erst aus dem Fluss. Und so eine Zombie-Apokalypse ist wahrscheinlich sehr kräfteraubend. Ich sprich aus Erfahrung übrigens. Natürlich. Okay. Also wir können rennen, scheinbar. In der Zwischenzeit rennen, schneller gehen. Oh, da ist jemand oder etwas oder jemand. Vielleicht Papier. Vielleicht auch ein Tier. Ein Tier. Oh. Sam heißt der. Oh. Ich hätte den Halsband abmachen müssen. Ich glaube, ich glaube, ich. Oh. Oh. What's he doing? Oh.